Von neu ist es noch eine weitere Folge von Let's Play Both of Fury im letzten Part haben wir vor allem hier in der Lava-Welt, also in dem Lava-Abteil, wo eigentlich gar nicht so viel Lava ist, aber in diesem roten End-Level-Teil-Abteil sehr viele Katzen sinken in gefunden und gehen jetzt mal weiter, weil das Ding ist hier zum Beispiel neu aufgeploppt, beziehungsweise der Weg dahin, deswegen, mal gucken, was wir hier finden. Katzen-Bully-Prinz? Nee, ich will die... Find ihm mal das Platz. Dann brauchen wir hier erst mal wieder Wut-Bowser, aber dafür müssen wir... Wow, sehr gut. Hier habe ich erst mal wieder dieses Freimachen. Oh, die Musik... Ah, da kann man auch noch nicht. Okay, jetzt reicht's ab. Ich bringe echt jeden von denen rein. Machen wir gleich gar nichts mehr hier. Hopp. Wo ist der Katzen-Bully-Prinz? Man weiß es nicht. Hopp. War schon mal eine Medaille, eine weitere haben wir ja schon gesehen, aber... Ja, das ist halt eh so geklappt, das zu holen. Gut, schnell weiter. Oh, oh, Mario. Schnell. Eden. Ganz unten waren halt... Oh, wenn wir die Katzen-Glocke holen, habe ich gerade gehört. Vielleicht brauchen wir es jetzt sogar. Mal gucken. Siehst du hier, weil du erst die Lava von der Lava-Welt, von der ich gesprochen habe. Oh Gott, schnell durch. Schnell hier rein. Ist hier was? Ey, das ist unfair. Nein, nein, nein. Oh. Frau, ich geh jetzt aber von alleine wieder weg. Oh, das ist jetzt aber viel verbraucht. Das ist gar nicht gut. Aber wie kann man wieder den Fahrstudio hochfahren? Ist ja schon mal immerhin etwas. Na? Oh. Oh, sehr gut. Neue Katzenglocke. Tja. Sehr gut, muss mich nicht mehr bewegen. Na, ich glaub, dann gucken wir jetzt mal hier. Eh. Pau. Na, ich glaub, die eine, die wir da übersehen haben, hab ich hier auch unterwegs irgendwo gesehen. Hm. Ich muss es aber aus Hektik auslassen. Also hab sie. Aus Hektik ausgelassen. Da kommt wieder eine Arena. Ich kenn dich doch, oder? Genau. Den kenn ich doch. Sehr schön. Ja, versuch doch was zu tun. Boom. Und Schputz. Der Blechdose. Das ist aber so schnell passiert. Man könnte es sogar fast was machen. Ganz viele München. Brauchen sie alle. Ui. Und. Eh. Ah. Okay, ganz kurz warten. Oh, ne. Nicht ganz kurz warten. Da unten war ja noch was mit den Katzenblöcken. Glaube, dass jetzt unten dieser Müll weggeht. Ja. Oh, das ist sogar wieder ein Hase. Oh, und ein Babykatze. Ja. Das heißt, wir müssen hier gleich nochmal hin. Sehr gut. Oh ja, guck mal. Sehr gut. Sehr gut, das ist jetzt frei. Das heißt, wir gehen mal weiter. Ich suche diese doofen Katzenblöcke schnell. Wo ist Mario? Da ist noch was. Um einmalen. Renn einfach. Oh. Mario. Schnell. Ja. Okay, nächster Kampf. Was passiert jetzt nach dem Kampf? Okay, ich glaube, er wird sich überhaupt vorreitig zurückziehen. Aber mal gucken. Ja, ja, das hat er schon. Ich komme. Oh Gott, knapp. So. Jetzt kannst du wieder die Glocke holen. Ich will gerne noch bieten, das. Hüpft doch nicht. Oh Gott, ja, hüpft das an Rennen der Welt. Passt halt komplett aus. Wo ist er? Oh Gott. Ich hatte ihn doch gehauen. Au. Ich kann ja diese Dinger hier rausziehen. Oh, schnell, Mario rennen. Und dann nehmen wir wieder mal wieder. Ja. Los, Mario. Oh Gott. Ben, Mario. Oh, ist noch eine Arschwurm drauf. Okay, so klima hat er nicht mehr. Mario. Ja, getroffen. Sehr schön. Uiuiui. Oh. Na, macht er hier jetzt was? Och, nö. Sag bitte nicht, das kommt jetzt jedes Mal. Ah, okay. Ach, das halten wir doch alle schon. Muss ich das alles nochmal machen? Oh. Los, Bessi. Wildkraft raus. Oh Gott, knapp. Los, wir doch mal Ups Ersten Hit haben wir Null weiterschwimmen Warum spuckst du dich zweimal? Was soll denn das? Hopp, oh ja, und In die Magengrube Und schnell ja hoch Moment, kann man so nochmal ein paar Glocken fahren Ah, das war knapp Den Pilz freuen wir jetzt nicht zu holen Oh, ich freu dich doch, Bowser Bam Achso, jetzt hat er ein Leben mehr, oder wie? Keins noch Oha Ja, ich glaub, das ist neu Aber jetzt ist es wieder vorbei Und gut Ja, haben wir jetzt schon mal gesehen Und, kommt wieder irgendwas Neues? So, bitte jetzt nicht nochmal die Credit Nee Nicht wieder die Credit Okay, gut Das heißt, Bowser machen wir erst nochmal Wenn wir wirklich durch sind Vorher bringt das nichts Gut zu wissen Ja, Spiel fortsetzen Wir sind doch nicht so weit Ich mal fast Woher soll man das denn auch wissen? Oh, sind wir hier sofort wieder am Anfang Oh, guck, da sind wir jetzt schon beide Wir gefunden hatten Okay, theoretisch war ja die Wutblöcke am Anfang nochmal achten Aber ich glaub, hier war ja eh nichts mehr Nichts wichtiges zumindest Und wir könnten, glaub ich, auch einfach sagen Dass er jetzt zum Beispiel da hinten die Leute töten soll Das hätt ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr benutzen können Aber naja So Tschüssi Los geht's Ging ja hinten lang Sieht ja schon mal gut aus Ganz haben wir Also hoch Da ist sie ganz schnell abgetaucht Nein, nicht 20 Sekunden Das schaffen wir doch nie Sollte es möglich sein Dann weiß ich es nicht Wir wollten da doch ähnlichen Oh, hier ist noch einer Ups Sehr gut Hopp Guck mal, was ich gefunden hab Katze Ja, und jetzt war ja hier hinten noch Die können wir ja locker noch schnell holen Gehen wir da hoch mit der Katze? Glaub schon Auf Bergfeierfahrung Jetzt steht auch die Wutberg haben wir Ich glaub, wir springen sollte es doch möglich sein, da hochzukommen, oder? Hopp Mama sucht dich So Weg hoch kann man ja mal gucken hier Border Junior Oder er hat einfach auf Auch gut Ich glaub, da war eh nie was wichtiges drin Immer nur Items Ey Mama Katze, wieder Der letztes Kind Lorine Kötzchen im Ödland Weil ich es grad sehe Machen wir jetzt einfach mal das Rennending hier unten Schaffen wir schon Brauchen wir nichts sehen Sehr gut Sind runtergefallen Ach man, was soll das Oh, der ist verpufft, der einfach ってる Cottage Auf zu dem Tor Und go Manche, das ist komisch, Medaillen Da können wir an der einen Stelle mal noch sammeln Okay, ich schaff's Irgendwie nicht rechtzeitig zu drücken an der Stelle Dann gehen wir gleich mal den anderen Weg Sollte ja auch klappen Ich glaub, da muss ich auch nicht so unbedingt springen Weil da ist ja schon eine Rampe Stand umdrehen und los So geht's doch viel besser Und hopp Kriegen wir Zeit? Schwimmend zur Insignia Oh, das geht halt immer da hinten hin Diese Kletterpassage machen wir entscheidend noch ziemlich oft Den Hasen hatten wir noch aufgedeckt Die komischen Katzen, Signieren Münzen Könnten wir jetzt an einer einen Stelle noch sammeln Geht doch voran Ähm, 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 ähm Schon mal gucken, wo hier unten ist Die Katze, dann fangen wir da mal an Da nachzusuchen Ach, da ist er schon Ich kann nur verbliehen Okay, das war jetzt gar nicht mal so schwer Fangen die Hasen im Ödland Fangen die Hasen im Ödland Haben wir gemacht Ich hab sogar die Netmesse mit Abstand am schnellsten So, nehmen wir uns die ja noch Ah Hier, nehmen wir noch Nummer 2 Äh, 4 meine ich Die finden wir auch noch Boomerang-Blume Ich werd besser bei der Katzen-Glocke Ah, das ist aber neu Die hab ich die dann schon gute frage großen viecher hier sind auch neu genau richtig gedrückt du hast mich erschrocken wo die pflanze hier unten haben wir auch okay ich verschwinde die items zu sehr ja das war doch vorhin alles noch gar nicht so warum ändert sich hier alles hier hat man doch hier waren wir auch schon jetzt macht doch einfach deshalb nicht oh gott warte das letzte hoch weil ihr noch eine ist okay interessant ohne gold röhre auch um ich glaube jetzt auch wieder raus haben alles nochmal erstmal hier ganz oben ich gucke noch ganz kurz ob wir jetzt irgendwo diese letzte münze da finden irgendwo hier sollte sie ja sein ähm okay ne irgendwie sehe ich es ja nicht so hier kann man noch runter hier ist auch ein gegner oh ein toddy okay noch eine feurige flucht wo ist die letzte medaille oh nein die wollte ich doch gar nicht haben ich würde sagen ich suche das noch mal ganz kurz noch nicht die gefunden habe sehen wir uns wieder bis gleich hier im moment hier könnte man nämlich drunter fahren noch dann die power black auch sind und ich denke mal dass sie noch irgendwas sein wird und noch mal hier rein ja da ist die letzte ok gut danach haben wir noch silber gefunden die war auch wieder fies versteckt aber naja fehlt hier auch nur noch eine und insgesamt fehlen auch nicht mehr so viele na gut 24 ne aber schaffen wir es schon deswegen hoffe ich euch hat auch dieser part gefallen schaltet gerne nächstes mal wieder ein aber ich verpasse ein like da lassen bis dahin tschüss